Mann, 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 wo kommen denn die ganzen Leute her? Oh Mann, ey. Ey, Lenny, Lenny, bist du hier irgendwo? Oh Mann, ich hätte ja nicht gedacht, dass der Lenny so viele Freunde und Verwandte hat. Naja, so viel zum Thema Kleinfamilie. Oh, Moment, ich glaube, ich höre den Mord. Hier drüben, hier vorm Rost. Mensch, Lenny, da bist du ja. Mann, was geht ab? Du sagst, es ist doch kleine Party. Aber da sind doch hier mindestens 2000 Leute. Ich verstehe das auch nicht, Alter. Ich habe doch nur Werner, Ingo, Howie, Egan und dem Olli Bescheid gesagt, sonst keinem. Ach so. Und wo kommen dann die ganzen anderen Leute her? Du fragst mich Dinge, die ich dir leider überhaupt nicht beantworten kann. Well, meine Freunde, ich habe gewusst, dass ich immer viele Fans habe. Aber es kommen gleich 2000 Fans. Das ist unbelievable. Wie, wo, was? Die Polizei? Mord, du Depp, das ist Englisch. Das heißt unglaublich. Das hat nichts mit der Polente und den Bullen zu tun. Ich dachte schon, ey, der Müller ist wieder hinter mir her. Ja, Mann, der will doch Jenny wegen Drogenhandel ranbekommen. Ach, die Kleine würde sowas doch niemals machen. Die kann doch keinem was zu leide tun. Und schon gar nicht Drogenhandel. Aber, hm, das würde erklären, wo sie die Unmengen an Gelder hat. Mag schon sein. Aber egal. Lenny, du sag mal, hast du genug zu essen bestellt? Hey, die sehen mega hungrig aus. Äh, naja, wie soll ich sagen? Äh, naja, 20 Rostbratwürste. Äh, angeblich aus Thüringen. Dann so, ja, 15 Koteletts und ein paar Grillspieße, ne? Ach, du Scheiße. Und die zwei Bierkästen sind auch schon alle. Ich frag mich nur, woher die das wissen und wer die eingeladen hat. Was, Facebook-Seite? Du hast, äh, äh, nee, oder? Werner, du hast ja nicht auf deiner Facebook-Seite veröffentlicht, oder? Mann, Mann. Und wie kommst du auf 2000 Freunde? Du machst also bei einem Comedy-Projekt mit? Naja, ich mein, hey, du bist ja eh ne Witze, Goe, Werner. Buh, 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 buh. Ganz ruhig, Werner. Ich glaub dir ja, dass du der Star von der Show bist und so. Ja, genauso, wie wir dir glauben, dass du der fünfte Beatle bist, Werner. Buh, 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 buh. Werner, du weißt doch, den Mord, den kannst du nicht mehr voll nehmen. Also fahr mal runter. Ich will ja nicht schon wieder so ne Schlägerei. Ist ja schon gut. Ich glaub ja, dass Werner nen Star ist. Oder besser gesagt, nen Star hat. Nämlich nen grauen Star. Buh, 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 buh. Ich mein's doch nicht so. Aber du, Lenny, mal ne andere Frage. Wer bret denn heute eigentlich? Eigentlich ich. Das erinnert mich an mein St. Wayne, als sie und ich haben gemacht in Südafrika eine Grillparty. Und ich meinte, er soll das Würstchen auf die Grill tun. Er fragte mich noch, ob es nicht wehtun würde. Und ich meinte nur, nein, Wayne, das tut nicht weh. Das ist doch nur ein Würstchen. Ein Würstchen? Also ich kenn hier nur ein Würstchen und den heißt Werner. Aber du, Howie, erzähl mal weiter. Well, nach 10 Minuten höre ich Wayne schreien und ich gehe hin zu die Grill. Und da steht mein Wayne und grillt seine Nudel. Am Ende hat er eine schöne Rostnudel, schön braun. Hey, das ist ja ein eurer Sprung, ey, von der Wurst zu Nudel. Du kommst doch von Höchstchen auf Stöckchen. Werner hat auch einen anderen Nudel. Besser gesagt, der ist eine Nudel, eine weiche Nudel. Buh, 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 buh. Reißt euch zusammen, ihr beiden, Mann. Ihr könnt euch ja hier vor 2000 Leuten nicht kloppen, Mensch. Was ist denn nur los mit euch beiden? Buh, 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 buh. Ey, na dann komm los. Dann gibt es eben eine auf die Zwölf. Mann, Moat, lass ihn doch. Ey, Werner hat doch angefangen mit Schuppen. Und ich schüpp so lange zurück, bis der aufhört. Sozusagen wie beim Boxen und so. Well, Runde 1. Oh, das sehne ich mich damals, als ich war mit meinem kleinen Sohn Wayne bei die Boxkampf von die Achsel Schuss. Hey, Howie, die Story kenn ich ja noch nicht, Mann. Wie geht's denn weiter? Oh, Werner, lass das. Buh, 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 buh. Wir hatten very, very whip-important Plätze und haben in die Ringecke von die Achsel gestanden. In die Pause habe ich nicht aufgepasst und mein Wayne ran in die Ring und knallt die Rocky Charney vorlein auf die Nüsse. Also wenn du so weitermachst, dann fängst du dir eine. Hey, ihr zwei, pass auf, Mann. Sonst stolpert ihr noch über den Grill, ihr beiden Kunden. Ich verstehe gar nicht, wie die zwei erwachsende Leute sich so benehmen können. Ihr müsst euch nicht schlagen, Mann. Aber, aber mach was anderes. Howie, erzähl weiter. Naja, und als der Rocky wieder aufgestanden war, hat mein Sohn Wayne eine Hake verpasst. Ich wusste, dass die Wayne weit fliegen konnte, aber er hat mein Sohn seine Ehre wiederhergestellt. I have gepist in die Pause, in Rocky Charney trinken. Nach zwei Runden mussten die abbrechen wegen Lebensmittelvergiftung. Howie, Howie, geh mal drei Schritte zurück, ist sicherer. Ich mach das jetzt auch. Er ist doch selber schuld und nun gibt's einen auf die... Nee, Werner, nicht nach links ausweichen. Mann, da ist der Bierkasten. Alter. Oh, oh, Werner knallt mit dem Gesicht auf den Rost. So wollte ich das nicht. Mann. Boah, zum Glück gibt der Rost nach und Werner wird wahrscheinlich nur so eine blöde Rostspur im Gesicht haben. Diese blöde Holzkohle, die funken und die fliegen hier rum durch den blöden Wind. Scheiße, mitten in die Menschenmengen. Moat, Howie, lass uns hier abhauen. Das gibt gleich eine Massenschlägerei. Well, meine Freunde, aber wollen wir die Werner noch helfen? Nee, nee, nee. Der war früher Wrestler. Der kennt so Massenkämpfe. Der einzigste Kampf, den wir gleich sehen werden, ist Moat vs. Jack Daniels. Ganz genau aufzuschenken. So sieht er auch. Das war's.